Willkommen hier zurück. Und wir machen jetzt da... Da ist ja Jesus! Du hast Jesus gefunden. Kehre zu, Priester. Wo ist denn der Priester? Okay, hätten wir gegen das Elfenpack jetzt gewonnen. Die sind ja weg. Okay, auch nicht schlecht. Da sind wieder Welfen. Na warte. Zorn der Elfen, Angriff erhöht. Dir zeige ich es. Feuer! Und zwar genau bei dir hier. Kriegst du jetzt ein bisschen Feuer unter dir. Und noch einen Hammerschlag und dann bist du K.O. Ah, nicht ganz. Aber jetzt. Da machen wir natürlich noch mal was mit Feuer. Natürlich ganz klar. Atmendes Drachen. Bitteschön. Viel Spaß. Wir gewinnen meistens. So soll es sein. Spielzeugtruck und Geld. Was hat dieser Elf? Geld und Spielzeugtruck. Genau das gleiche, nur in einer anderen... Da blinkt hier was. Rein von mir. Oh, Machtrank. Groß. Red Bull. Können wir mit dir... Reden nie. Polizei Station. Das Huhn mit den Titten. Was gibt's denn da? Was gibt's denn da? Da gibt's Schubladen. Aha. Tempotrank. Penisfantombild. Ist ja lustig. USB-Stick. Brandy. Strafbescheid wegen Alkohol am Steuer. Okay. Dann können wir nichts machen. Ah. Ah. Was ist da? Komm, wir reden bisschen. Stromper. Ja. Ich weiß, dass ihr alle raus wollt. Oh Gott, der Polizist. Wir kommen nur nicht an die Schlüssel ran. Das ist halt ein... Fehler. Vielmehr ein Manko. Was gibt's denn da? Drinks. Okay. Springen können wir hier leider nicht. Was ist das? Toilettenpapier. Bleistift. Schamhaare. Sag mal, was haben die mit ihren Schamhaare? Das sind auf der Polizeiwache. Haben die das als DNA-Abgleich mitgenommen? Zu. Liebriges Netz. Okay. Wenn das mal nicht die Asservatenkammer ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Das haben sie da zugekleistert. Heiltrag und Geld. 1 Dollar. Wow. Das in der Asservatenkammer. Was ist das? Okay. Ah, wir können da hoch. Okay. Hashtag. Du hast dein erstes Chink-Pokémon gefunden. Sammle sie alle. Drücke ihr Ohr, um den Sammelbescheid zu öffnen und nachzuschauen, welche dir noch fehlen. Eine neue Freundschaftsanfrage. Okay. Inventar. Zack, 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 zack. Keine Ahnung. Naja, ist ja auch ideal. Das haben wir zertrümmert. Da geht es leider nicht weiter. Und da hatten wir ja den Knopf. Auf dem anderen Regal... Ach ja, da ist eine Truhe oben. Das können wir natürlich hier hoch. Zerkloppen das Ding. Kommen hier rin. Und eine Banditenmaske und einen Bartschatten. Glitzerschmuck. Wow. Alles mögliche. Inklusive Schamhaare. Schamhaare. Verzeihung. Schamhaare. Kann man ja gleich Schamhaare sagen. Die Porücke Stärke trank. Scheiße im Urinal. Da wirkt es mich glatt. Ja okay, gehen wir wieder hier von der Polizeiwache. Das ist eh langweilig. Gut. Die Polisakademie. Schneeschippen. Was haben wir da drüben? Auf dieser Straßenseite. Ah okay. Wir sind auf der anderen Straßenseite. Wir haben eine Mietekatze. Der telefoniert. Das machen wir kaputt. Ein bisschen Geld. Schade dir nie. Eine Paukruhe. Gibt es gar kein Geld. Ist das so ein Pokémon Viech? Wer bist du? Die will wohl nicht mit uns reden. City Walk. Da waren wir ja drin. Mit den Mongolen. Was haben wir da? Ach, noch von den Elfen. Geld. Halt rein. Zersplittert. Pfeil. Elfenohr. Elfenohr. Zack, 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 zack. Das machen wir wieder alles kaputt. Komischerweise gibt es da gar kein Geld mehr für. Das sind Flaschen. Chimbus Gans. Guns Gans. Also Chimbus Waffen. Was gibt es da? Nichts. Und da. Oh, eine Bar. Eine Cocktailbar. Also die Stadt, die ist ja wirklich riesengroß. Also das ist schon, da ist zugeschlossen. Money Pro. Ja, da liegt Geld. 20 Cent. Was ist mit dir? Well, well, you supposed to be some kind of knight of the round table. Welcome to ye old Skeeters Tavern. Tell you what, good sir knight. I got rats in the basement. Big ones. That's why I got stuck with her majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? And go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Okay, wir müssen die Ratten in seinem Keller vertreiben. Na, das wird ja ein heiligen Spaß. Na dann, aber wir haben Zugriff. Ui, da ist ja dunkel. Iii, das sind ja Ratten. Wo sind's so Riese? Gibt's ja auch immer noch. Oh, jetzt haben sie was. Dreckiger kleiner Bastard. Ist ja geil. Aber die haben's echt in... Oh je. Oh je. Oh je. So. Einer ist mal weg. Ach Mist. Jetzt haben wir sie. So, jetzt pass auf. Einmal nochmal Feuer. Dann nehmen wir die Ratte. Ach, Mist. Jetzt haben wir sie. So, jetzt pass auf einmal nochmal Feuer. Die greift uns ja immer noch an. Jetzt ist sie tot. Okay, haben wir leider nicht. Aber wir haben hier einen Heiltrank, Gesundheitstrank, klein. Dann spüßen wir natürlich rein. Dann nehmen wir hier einmal den Luschenbogen. Na, die hat überlebt. Boah. Die ist jetzt aber angewidert. Kommen wir mal nochmal den Luschenbogen. Und wir muffeln auch. Puh, das war ein ziemlich harter Kampf gegen so Ratten. Wiederbelebungsdrank, Tempotrank, Schnaps, Bowling Trophäe. Ist ja alles super hier. Was hat die Ratte verloren? Geld und Fellbusche. Ist ja ganz toll. Da läuft Bier aus den Kästen. Rein gar nichts. Was? Da ist noch eine Ratte. Ich habe mich wohl etwas zu früh gefreut. Nein, 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 nein. Oh, oh. Entschuldigung. Hey. Ja klar, die kleine Mauswaffe ist kaputt. Das gibt es ja wohl nicht. Luschenbogen. Bist. Wir machen jetzt die hier noch kaputt. Mit dem Luschenbogen. Die ist wirklich angewidert. Oh, nee. Wir sind mal wieder gestorben. Und das alles von Ratten. Wir wurden von Ratten getötet. Oh, nee. Wir haben hier. Wir nehmen natürlich Zauberstabe auf diese hier. Eins, zwei. Da machen wir Spezialfähigkeit in Hammerdingens. Boah. Kaputt. Die tollrütige Rat. Zack. Zack. Die hat es voll zerfetzt. Dann machen wir nochmal so einen Hammerschlag. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Das war schlecht. Aber wir machen hier einmal auf diese. Die zerfetzen wir natürlich. Zu früh aber tot ist sie trotzdem. Mega Hammer. 16. Ja, ok. Die ist jetzt wirklich angewidert. Das kleine Vieh. Und zack. Mein Vieh. Kaputt. Gut. Machtrangfellbuscheln nehmen wir natürlich alles mit. Und. So, da ist die nächste. Ah, shit. Zack. Und du darfst hier einmal deine Hammerfähigkeit. Du darfst hier einmal deine Hammerfähigkeit. Das war gut. Boah, die ist angewiesen. Ja. So. Den machen wir mit Feuer kaputt. Zack. Und zerfetzt. Dann machen wir nochmal so. Ach so. Spezial den Gideon auch nicht. Dann machen wir halt hier einmal den Hammer. Schwupsi wups. 17. Und einen aufs Maul gekriegt. Und der Schluss. Offensichtlich noch nicht so schnell. Dann machen wir noch einmal Feuer. Und das Drachen. Viel Spaß. Brennt und ist kaputt. So. Was haben wir denn da? Was hat die denn? Geld, Machtrang und Messerschauferzahn. Dann kümmern wir uns einmal hier um. Man, diese Ratten? Ist eine richtige Rattenplage hier unten. Können wir aber doch suchen hier mal, was die hier so für Schwächen haben. Wie? Nichts. Nichts. Wir sind dann ja offensichtlich gegen alles immun. Du setzt mal schön hier an deine Fähigkeiten ein. 63. Das hat mich jetzt. So. Da machen wir mal. Kommen wir mal an hier mal den Schlafsand. Getäubt. Ist ja geil. Tod ist sie immer noch nicht. Oh, die ist betäubt. Die machen wir jetzt noch mit dem Luschenbogen kaputt. Jawoll. Die machen ja noch mit Mama kaputt. Zack. Die ist toll. Und angewidert zugleich. Zack. So, jetzt pass auf. Fähigkeiten gibt es ja nicht mehr. Dann gibt es hier nochmal den Hammer. Zack. Ich hoffe, wir haben dich nicht so gut gehört. Nicht mehr. Gut. Geld, Heiltrank, Fellbuschel. Okay. Vier. Eine Ratte fehlt noch. Das wird die hier sein. Und ihre Gefolgsleute. Dann werden wir natürlich einmal hier die Kleine außer Gefecht setzen. Zack. 36 ist fast tot. Die machen wir auch gleich hier mit dem Hammer einmal weg. Zack. Die sind beide tot. Und angewidert noch. Oh. Oh. Das war ja wohl ganz beschissen. Also wirklich. Die ist angepisst. Nein. Nein. So. Aber jetzt bist du kaputt. Gut. Wir brauchen hier wieder einen Heiltrank. Ich will ja nicht nochmal von vorne beginnen. Luschenboden. Volle Kraft voraus. Mist. Zauberstab. Los geht's. Nein. Oh. Fuck. Das gibt's doch nicht. Ich hätte nicht so sparsam sein sollen. Oh. Die Rattenplage ist immer noch nicht besiegt. Ich mach das mal offscreen. Okay. So ein Scheiß. Was ist mit dir? Wer? Was? Oh. Heya. Hä? Well, my boy. You've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner. Thanks to the stupid Democrats. Hm. Gasmaske. Die kaufen wir. Was kaufen wir sonst noch? Waffen. Was gibt's denn da noch? Oh, 50. Kostüm flicken. Schwert und Schild. Du hältst 2 MP, wenn du Schaden blockst. Ach, das können wir leider auch nicht mehr kaufen. Das Wildleben in South Park. Was können wir damit? Gar nichts. Was ist mit dem? You remind me of a guy served within Nam. So, so. Ein Typen, dem du in Vietnam gebietet, oder Dingensbums hast. Was ist das für ein rechter Fuß? Ist ja schon abartig geil. Okay, 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 okay. Dann geh ich mal davor. Zu dieser Rattenplage. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen was charakterlich, beziehungsweise äußerlich von unserem South Park. von unserem Saftsack South Park. Neuling machen. Und hier noch ein bisschen ausrüsten. Gasmaske. Das ist besser wie so ein Band. Fügt eine Rüstung hinzu. Schwächt feindliche Angriffe. Oh ja. Das nehmen wir. Dann Machtrobe des Magiers. Erhöht den Feuerschaden um 10%. Du erhältst 5% mehr Geld. Ach, wir nehmen das hier. Das haben wir ja schon. Dann Trainingshandschuh. 5 Schaden beim Blocken. Den können wir, glaube ich, noch nicht. Ne, den können wir noch nicht. 5% Minus beim Schaden beim Blocken. Was kommt eigentlich aus gleiche hinaus? Dann einen Bart. Böser Cartman. Spitzbart. Ach komm, wir nehmen den Zauberbart. Was gibt es hier noch? Ja, die Banditenmaske. Oder Stern. Die perfekte Taunung. Wir nehmen das. Brille. Würde ich bevorzugen. Nehmen wir die hier. Emo. Oh ja. Genau das nehmen wir. Das sieht gar nicht übel aus. Im modernen Zeitalter überflüssig. Eine Benutzung Capote Hülle. Genau wie das Kind, das sie vorher im Besitz hatte. Hier, Inspektor Butters Abzeichen. Untersuchen ist eigentlich genau dasselbe wie Spionieren. Aber sagt das nicht Butters. Können wir auch hier irgendwie die Scheiße an uns nehmen? Oder Krummsäbel. Der aber wie lange ein Arschloch riecht. Krummsäbel. Naja. Was wollte ich gerade sagen? Das wäre die Kacke. Scheiße im Urinal. Das Thema des Buchklassikers. Was? Okay. Unser neues Outfit. Ist das nicht schön? Kehre zur Gemeinde Dingensbums zurück. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich nehme an den Tag an. Und dann packe es nicht mehr. Ich nehme an.